so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute gibt es ein kleines kaliber die gold strobe fast schon ein klassiker aus dieser kleinen 16 schusser serie wir haben hier ein 20er kaliber meter natürlich und haben hier 128 gramm steht mal der effekt erklärt sich von alleine ich habe die zuletzt bei joshua im video gesehen also da schaut uns eine story war das glaube ich und da fand ich die so schick daraufhin habe ich die tatsächlich auch bestellt und genau die die werden wir jetzt testen ich freue mich auf dass diese kleine geräte kameraproblem am putzen aber darum soll es ja nicht gehen denn hier sieht ja gar nichts jetzt seht ihr was gut und funke ach du scheiße das ist die 2 das ist die 1 magst du die anzünden sehr gerne dann leute seht ihr jetzt die gold strobe ich habe hohe erwartungen ich fand sie im videoübergang junge ist die geil oder die geil alter was habe ich gesagt alter krank also meines erachtens nach war aber nicht meiner meinung nach die beste 16 schuss von funke nach der die beste meiner meinung nach die beste kauft euch die ein